Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Wir hören direkt mein Voxophon. Das finde ich extrem beleidigend. Ne, do it or dimwit? Hm, okay. Einer der Vox. Ich aber. Der hat sich selbst umgebracht. Gut. Was ist das hier eigentlich für ein Riesengewehr? Oh, Präzisionsgewehr. Brauchen wir aber jetzt nicht zwingend. Hm, wir müssen hier... Was müssen wir doch hier finden? Hm? Was sagst du? Oh, da leuchtet noch was. Ach, das ist ein Midi-Kit, ne? Ah, egal. Haben wir genommen. Ah, renn mal hoch. Keine Überraschung, keine Überraschung. Gut. Also musst du sterben. Scheiße, Peps. Hier, Zucker. Danke. Der ist leer? What? Gut. Weiter geht's. Ich mach auch gleich da mal ne Aufnahmepause, aber ich hab das Gefühl, wir sind kurz vorm Ende. Ach geil. Ups. Aufzug holen. Kriegst du es auf? Ein einfaches Kombinationsschloss. Angeblich bewahren die meisten Narren die Kombination ganz in der Nähe auf. Hoffentlich geraten wir in so einen Narren. Yay, Kombination suchen. Äh, bestimmt hier. Oh, geil, Geld. Äh, wenn du dich nicht ein bisschen anders hinlegen, ist mir vielleicht ein bisschen unbequem. Äh. Ah. Ah, da ist es ja. Das könnte es sein. Warum hast du so scharf darauf, Schlösser und Coats zu knacken? Wenn man jemanden einsperrt, entwickelt er ein Interesse an solchen Dingen. Vermutlich. Und ich lass mich nicht mehr einsperren. Ah. 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 Warum rennst du immer weg? Elisabeth, du... Versprich es. Ich werde ihn stoppen. Nein. Dieses Versprechen kannst du nicht halten. Aber bitte, wenn es so kommt, lass nicht zu, dass er mich zurückbringt. Dazu kommt es nicht. Okay. Ey, die ist so verzweifelt, ey, die Arme. Tut mir echt so leid teilweise. Das arme Mädchen, ey. Kommt im Turm, alles wunderbar, sie freut sich, hat super gute Laune. Doch dann... Hm. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ist echt komisch. Ich hab's gewusst. Oh, so ein Zufall. Jetzt wird gefeigtet. Oh, schade. Ich hab gleich ja beide auf einmal mitgenommen. Was haben wir da? Ah. Ah. Fuuuck. 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 Ich geh mal. Gut, da unten nochmal Salze. Gut, drehen wir noch ne Runde. Der haut der Dreck sack ab, ey. Nein, nein. Ich bin wieder da. Ich bin back. Ich bin back. Tschüss. So, auf diesem Schiff will ich gerne. Oh, so ein Zufall. Da gibt's Panzerfäuste. Ich glaube, ich nehme ja mal einen davon. Wo ist er? Was? Tschüss, ich geh mal wieder. Oh, Mann. Drecksack. Nein! Ah! Wieso springt der nicht da ran? So, zum Kotzen. Warum ausgerechnet Handyman? Kann's nicht Appleman sein? Ah, auch die Leitung, also. Gut. Hä? Wie kann ich denn bitte sterben und in der Luft sein? Alter, was ist das für ne scheiß Fail-Folge. Das gibt's doch nicht. Super. Ich hab Munition. Super. Hau ab! F***ing Scheißdreck! Weißt du, welcher es schaffen würde, den Handyman auszuschalten, wäre das kein so gigantisches Problem. Wo ist der? Da ist er! Warum sterbst du nicht? Puh. Okay. Das war Handy. Nein. Warum ruckelt das denn? Okay. Okay. So. MG her. Danke. So. Da ist Elizabeth. Wo? Was ist das endlich? Köder. Alter, man muss sich echt gut umgucken. Da haben wir Medizin-Kits gehabt. So. Hier ist etwas Geld. Okay. Gerne Geld. Danke. Ähm. Mhm. 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 So. Was siehst du hier? Du siehst hier die Endcard von meinen Videos. Unter den ganzen Titeln bin ich erreichbar. Auf YouTube, Facebook, Twitter, Google Plus oder Skype bin ich auch erreichbar. Schreib mir PNs oder sowas, was du gut findest, was nicht. Liken, abonnieren, irgendwas. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Freut mich, wenn du wieder dabei wärst. Ja. no Myseltier. Ciao. 近